Wie lautet dein Passwort? Konzentriere dich auf denjenigen, der gut getarnt, denjenigen, der wartet, der zuhört und warnt. Es funktioniert! Was? Das? Das kann nicht sein. Was? Du meine Bitte! Ich kann sehen! Wow, bin ich das? All diese Farben, Blumen und Schmetterlinge! Ich kann sehen! Oh, ich meine, hi! Ich komme hier nicht raus! Danke! Warte, ich werde dir helfen! Hier für dich, fang! Hey, du! Weg von diesem Einhorn, los! Chiara, da bist du ja! Onschau, wir haben sie gefunden! Du bist Yuko, richtig? Und du bist Moe! Ihr seid real! Ich meine, wirklich real! Ihr steht ja auch direkt hier, oder? Direkt vor meiner Nase steht ihr! Alles sieht hier so unglaublich aus und es ist auch so unglaublich, einfach zu sehen! Sag mal, kennst du sie? Sie scheint uns zu kennen! Ist schon gut, Onschau! Sie scheint harmlos zu sein, ja wirklich! Wer auch immer sie ist! Oh, Entschuldigung! Ich bin Sarah! Ja? Ich suche nach... Warte, was soll das? Woher hast du das? Das ist Mias Arm, Reif! Wo ist sie? Ich... Ich hatte gehofft, ihr könnt mir das sagen! Hä? Ihr habt mich vorhin wirklich überrascht! Wessen Idee war das noch? Ha! Ich bin der König! So was tun, Könige! Oh! Wow! Sind das die Herzkristalle, von denen du erzähltest? Ja! Aber wieso schimmern sie? Keine Ahnung, das habe ich noch nie gesehen! Mo, sieh doch! Ähm... Seht ihr? Wow! Der Wahnsinn! Wow! Was bedeutet das? Ich denke, das bedeutet, das Herz von Centopia ist endlich komplett! Ja! Ja! Großartig! Juhu! Das ist unser Zeichen. Gehen wir nach Hause. Wirklich? Es wurde gerade aufregend. Wir müssen, Sarah. So funktioniert das. Du kommst bald wieder. Sehr bald. Wieso bleiben wir nicht hier? Ach, schade. Macht's gut, wir sehen uns! Bis dann, Sarah! Wiedersehen, Mia! Ja! Tschüss! Wirklich? Tschüss! Ja! Wirklich? Wirklich?